Der Fluss Ue entspringt an den Bälschen Ardennen, am östen Norden von Lützebüchst Grenzen mit Deutschland. Der Fluss erstreckt sich über den Gesamtlängd von 1.70 Kilometern und fließt zu Wallendorf und Zauern. Unter dem Wasser kann ihn viele Pflanzen an Teuren entdecken. Der Eif innen am Wasser, durch die Stange und dem Krebs, wundervere Däuer werden nicht so dachs zur Gesicht bekommen. Er ist bis zu 10 cm lang und bewegt sich auf engem Fuss über den Boden. Hallo, hast du schon gesehen, dass ein Bauchmuschel begann? Mein Name ist Unio und ich möchte gerne anzudenken, mit mir an meine inneren Wasserwelt anzudenken. Mein Ur-Ur-Ur und vielmehr Urgrosseltern haben schon an der Ur an einem anderen Fluss gelieft, an das Wasser gefiltert. Eigentlich gibt es ein Schanz-Zander Dinosaurierzeiten. Am Frühjahr sind ich als ganz kleine Lach von meiner Mutter, mit meinen vielen Geschwistern an das Wasser freigeset gehen. Für uns zu entwickeln, brauchen wir Bauchmuscheln, aber auch Fisch. Der Tisch brauchen wir einen Fisch, damit können wir uns festsetzen können. Wenn der Fisch das Wasser anatmet, atmet er noch die winzige kleine Lärven mit an. Also habe ich mich an die Kiemen von einer Eltern festgesetzt. Ich bin von einer Lach zu einer kleinen Muschelrugewurst. Noch ein paar Wochen, wenn ich gross genug bin, für mich lange zurück an den Fluss zu tragen, lasse ich den Fischloss und lasse mich an das Gestank vom Flussbett fallen. Da vergröven muss ich ein Seher-Mantelle von meinem Foss an der Kräse. Er kann an aller Ruhe gross gehen. Schon noch ein paar Minuten sind nicht bereit, für meine Lieblingsbeschäftigung noch zu gehen. Filtere vom Wasser aus dem Fluss. Auf fünf bis sechs Jahren werde ich dann, so wie meine Mutter, kleine Lärven an das Wasser freilassen. Ich freue mich, dass ich überhaupt Wasser filtere. Und will ich das machen? Ich mache das natürlich für mich zu ernähren. Muschel hält Wasser durch die Kiemen ab. Hier filtert sie winzige Partikeln raus, das können Einzellen oder kleine Algen sein, oder mini kleine Rechte von aufgestorbenen Pflanzen an denen. Das gefilterte Wasser gibt Muschel dann nach dem Fluss. Alles, was sie nicht verdauen kann oder nicht braucht, das deposiert sie nicht auf dem Kräse. Eine ganze Reihe einer denen freien sich über das zusätzliche Nahrungsquell. Muschel wiederholt diesen Auflauf den ganzen Tag, und kann dabei bis zu 50 Liter Wasser filtren. Flott ist, das haben bei zwei Sachen gleichzeitig geschehen. Muschel, und viele andere Lebewesen, werden genug verziehen, und quasi nicht vorbei bleibt das Wasser am Fluss klar. In diesem Experiment gibt es meine Kollegen in Aktion. Sie schaffen wie eine moderne Filteranlage, und hat ganz ohne Kästen an zusätzliches Material. Sie brauchen keine Energie wie Strom, und wo es in der Natur ohne an einer Fabrik produziert werden muss. Pro Stunde kann ein Muschel bis zu 2 Liter Wasser filtren. Nur ein paar Muscheln können es auch schon mehr sein wie ein normaler Aquariumspumpel, das dreckiges Wasser dann proper machen. Wir werden es mit mehr grossen Quantitäten Wasser. Der Stausee zu Aesch Sauer kann bis zu 60 Millionen Kubikmeter Wasser speichern und es ist wichtig für das ganze Land, mit Trinkwasser zu versuchern. Aber als erstes muss das Wasser filtriert an die Arbeit gehen, für das wir Menschen nicht nutzen können. Ein Moment überholt ein riesiges Filteranlage der Filter vom Stausee. Das kostet viel Zeit und Energie, weil wir alle gut verbrauchen am Schnitt 125 Liter Wasser pro Tag. In der Theorie können Muscheln doch ja viel helfen. 2 bis 3 gesunde Muscheln könnten ja schon all der so viel Wasser proper machen, wie Schipferei von uns verbraucht. Für ganz Lützebüchtsverzorgen wären dann aber auf mindst 1,5 Millionen Muscheln nieders, die dag für dag aktief wären für das Wasser zu filtren. Und wie ist das? Eine Form? Lebt das? Ja, ja, Unio. Es lebt wie geschmiert. Schön, dass du mich besichern kannst. Ein Herr im Job war es nicht. Ohne Pause. Es könnte nicht Männer arbeiten. Analysieren, filtrieren, pumpen. Analysieren, filtrieren, pumpen. Analysieren, filtrieren, pumpen. Analysieren, filtrieren, pumpen. Union abbrechen. Wieso muss ich eigentlich die ganze Arbeit machen, wenn du an deinem Freund der Familie so fützt, aber gut kannst du helfen, das Wasser zu filtren? Wir geben dich ja gerne mehr Unterstützung, die leider gehen nicht mehr viel Bachmuscheln an den Lützebücher Fluss erbachen. Also? Das weiß ich nicht. Privat geht dann immer Männermuscheln. Kannst du mir das mal weisen? Ich komme hier ja nie raus. Verschiedene Gefahren und Bedrohungen sind in den letzten Jahren schwer gemacht, für zu überleben. Die Reihen, die an den Fluss feiern, beginnen viele Sachen, die nicht an das Wasser gehören. Medikamente, Chemikalien, Essensrechte, Plastik, Aufwasser, Dünger und viel anderen Dreck kommen so an das Gewässer als schon in dem ganzen Ökosystem. Guck dir die Sauerei an. Aber das können wir nun. Viel zu Dachs läuft nicht mehr ungeklärt Aufwasser einfach so an die Bärchen. Auf dem Dreck kann ich nicht mehr leben. Auf viele Plätze kommen Fisch, die man ja braucht, um abzuwursen, wenn es die schlecht gebaute Rehe am Platz für anständige Brücken kommen nicht mehr hin. Ein weiteres Problem ist die Derosion des Bodens. Wenn kein zum Beispiel bei den Berggefüßen zu trinken, tripple so viel Bodenslast, die dann an das Wasser fällt. Auch die Fischbücher drohen zu viel Bulli an der Berg bei. Die Wurzeln können sich nicht richtig am Nassenufer verankern und da wollen sie den Boden nicht gut festhalten. Zu viel Bulli verstopft das Flussbett durch den Krassi an der Stange auch so viel Bulli, dass kein Wasser mehr durch die Flüsse kommt. Die kleinen Muscheln, die sich am Krassi anrufen, kreien so kein frisches Wasser und kein Sauerstoff mehr. Aber wer kann in der Bergmuscheln helfen? Mit Deckemaschinen gehen alle jahres Tonnen von neuem Krassi auf grossen Käse um den Ufer abgetippt. Mit der Zeitverdealt der Fluss das Käse vom Selben auf vielen hundert Meter von seinem Bett, hauptsächlich bei Heischwässern. So baut die Berg eine frische Schicht ab aus properem Krassi ohne Bulli im Grunde von der Berg. Dadurch kriegt Muscheln und noch viel andere Däuren in einem passenden Lebensraum geschäft. Auch die Bergmuscheln ihre wichtigste Wirtfisch die europäische Eltern profitiert von dieser Maßnahme. Die Schalehen hier eher nämlich ähnlich wie Forellen am Krassi auf gut durchströmten Plätzen vom Bergbett auf. Wenn das Krassi proper aus ohne zu viel Bulli beginnt der, auch die frisch geschlüpfte Larven besser mit Sauerstoff versuchst und nicht überleben damit. Regelmässig gibt die Wasserqualität überprüft. Auf verschiedenen Quellen am Zaubleib gibt der Sauerstoffgehalt die elektrische Leitfähigkeit und die Temperatur einmal an der Woche gemäß. In einem chemischen Labor gehen davon die selbeste Proven weitere wichtige Parameter wie zum Beispiel der pH-Wert und den Nährstoffgehalt gemäß. Es gibt auch Muscheln auf einer speziellen Zuchtstation auf dem Ufer von der Uhr und so wird die Bauchmuscheln geholfen, sich an einem geschützten Umfeld zu entwickeln. Die jungen Muscheln sind regelmässig kontrolliert, ob sie gesund sind und noch gut geworden sind. Damit sie gut wissen können, werden sie zweimal am Dach mit einem speziellen Alchemix gefüttert. Das ist gut und zu und entgegen von den Muscheln an den verschiedenen Wassingen angepasst oder nicht aufgenommen. Noch zwei bis drei Jahre auf der Zuchtstation werden die kleinen Muscheln dann noch und noch ausgesetzt für Kollegen an der Berg zu unterstützen. Die Bergmuscheln hält uns gut und dafür spielt sie eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Wenn wir sie weiter schützen, können in Zukunft wieder die Möibergmuscheln an unseren Flussgewässern leben. Wir müssen aber für das Ziel zu erreichen, nicht nur zu Lützebüch ob die Wasserkalität an den optimalen Umfeld aufpassen, sondern auch über die Grenzen heraus zu schaffen. Dafür ist die Zusammenarbeit an den Austausch mit dem Ausland ganz wichtig. Überall in Europa und an der Welt sind wir schon aktiv für die Situation zu verbessern. Sonja, Adi! Ciao! Hallo! Er kommt mich mal noch ein Besuchern. Große Merci, dass er sich ansetzt für eine pure Natur und eine proper Uhr. Am Resümee kann ich sagen, geht es den Muscheln gut, da sind die Flüsse und die Berg proper. Aber wenn die Gewässer proper sind, da geht es ganz vielen Dieren und auch als Menschen gut. von der Welt von der Welt von der Welt von der Welt